hallo und herzlich willkommen ein neues gesicht ist hier auf dem kanal aufgetreten ich bin der niederfreund von juxi und ich muss ein bisschen leise reden denn es kommt ein real prank der anderen sagt dir der fake der ist wirklich real mother mother real also ja jetzt auf klo das dauert immer so lange wir wollten hier noch ein video aufdrehen der drin und ja hat so ein kleines special video und dann dachte mir so nehme ich mal jetzt weil ich hier schon und er hat hier so eine chipschale und dachte mir so ich werde mir jetzt bringt mich gibt eine übermenge von salz rein und muss jetzt richtig schnell machen können das glaube ich ja sieht man schon also hier schon übermenge salz ja also ihr wisst ja schon also hier ist noch ein bisschen ja ich vertusche das jetzt gleich mal so ein bisschen so ein bisschen einfach nur heftig wahrscheinlich die zehn likes alter wenn wir das schaffen boah ne ich glaube er kommt jetzt ich verstecke jetzt die kamera aber bis gleich hi hi ein paar chips ja ok was für eine videosager machen ich weiß nicht ich wollte mal wieder ähm willst du mal einen kritikerobst machen kritikerobst machen wir lange nicht ja und dir schon ne ich gönn dir ein paar das schmeckt wie nix das schmeckt wie nix das schmeckt wie nix ne ich hab davon noch keinen drin ne beste ich lass jetzt auch eins alter krank ne krank ne alter ja auf jeden fall das war's vom video ne ja ich wusste nicht dass du mich prankst alter und das war jetzt leute das war jetzt kein fake die anderen war ja fake haben ja mal in die kommentare geschrieben ja aber das war wirklich ihr habt es gesehen da war salz da war salz ja und leute äh wenn ihr so mehr solche videos äh wollt vielleicht kommt ja noch ein prank heute noch an lennart ich weiß es nicht ähm ja dann äh folgt mir auf youtube also es gibt schon mal rache ja folgt mir auf youtube abonniert meinen kanal ähm gebt mir leid bis dann tschau 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 tschau